Hallo ihr Meister und herzlich Willkommen bei einem neuen Video von mir und Leute, endlich habe ich es geschafft, dieses Jahr zu Halloween wieder zwei Halloween Looks für euch zu drehen. Das ist der erste, den ihr gerade seht und wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze gemacht habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Das mit dem Kunstblut ist jetzt nicht hier im Video, aber ihr müsst einfach Kunstblut nehmen und das drauf schmieren. Ich habe zuallererst einmal so weiße Farbe genommen, die ist extra fürs Gesicht geeignet, habe einen Pinsel leicht angefeuchtet und in die Farbe ein bisschen Fixing Spray gemacht und das Ganze dann aufgetragen. Das Ganze habe ich mehrfach aufgetragen, das seht ihr auch gleich und bin wirklich so gut wie über jede Stelle gegangen. Ich habe am Anfang das Auge, wo ich die rote Kontaktlinse drin trage, erst ausgelassen und dann im Nachhinein doch noch gemacht, weil ich dann gemerkt habe, okay, die Farben knallen halt viel mehr, wenn weißer Untergrund da ist. Und dementsprechend habe ich das dann im Nachhinein nochmal nachgeholt. Und da seht ihr, gehe ich eine zweite Runde drüber. Ich habe das so oft gemacht, bis es mir gefallen hat. Natürlich sieht die Oberfläche nicht wirklich gleichmäßig perfekt aus, aber das war auch gar nicht unbedingt das Ziel. Also es soll ja schon realistisch sein und man sieht auch, dass es Haut ist. Und falls ihr irgendwie Farbe kennt, die wirklich perfektes Weiß ist und wirklich eine ebenmäßige Fläche macht, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Ich habe dann mein ganz normales Puder genommen und das Ganze abgepudert. Das ist aber so ein weißes NYX Puder, weil das Puder, was ich sonst verwende von Essence, wäre, glaube ich, gelbstichig geworden. Und ich hatte leider keine Seife mehr da, sonst hätte ich meine Augenbrauen so schön nach oben machen können. Das hatte ich leider nicht da. Dann habe ich mit den Lippen diesmal angefangen. Ich zeige euch gleich auch meine Inspiration. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, die süße Maus in die Videobeschreibung zu verlinken. Ich suche jetzt gerade noch mal nebenbei ihren Namen raus, denn ich habe einfach angefangen, mir einen breiteren Mund zu zeichnen und das Ganze dann auszufüllen. Und die süße Maus heißt Tierra Fleming. Also schaut einfach mal bei ihr auf TikTok vorbei. Bei ihr habe ich die Inspiration dazu bekommen und ich habe eigentlich so gut wie mäßig das Make-up nachgeschminkt. Also klar, ich habe ein paar Sachen abgeändert, vor allen Dingen von den Farben vom Auge her und ich bin nicht so ganz ins blaue Glitzer gegangen, sondern habe die Farbe Mondays, war das glaube ich, von der Hatice Schmidt Palette genommen. Eigentlich wollte ich meine Wangen rot machen, allerdings ist mir dann aufgefallen, dass ich gar kein rotes Rouge habe. Und zum Schluss habe ich dann gemerkt, so hey, eigentlich hättest du auch Lidschatten nehmen können. Da war es aber dann schon zu spät. Deswegen habe ich meinen knalligen pinken Blush genommen, den ich sowieso die ganze Zeit schon mal benutzen wollte. Und da seht ihr, habe ich euch auch das Bild von der süßen Maus eingeblendet. Wirklich super, super hübsche Personen und Leute, das Make-up ist so geil. Ich liebe es. Ich wünschte, ich hätte eine weiße Perücke gehabt. Habe ich leider nicht gehabt. Deswegen habe ich meine gingerfarbene Perücke von SHEIN benutzt. Und ich hatte auch noch eine schwarze. Vielleicht seht ihr die im Thumbnail. Mochte ich auch sehr gerne, aber da könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Haare tragen. Da ist mir dann aufgefallen, dass es schlauer wäre, mit einem weißen Untergrund zu arbeiten. Deswegen habe ich die Farbe einfach nochmal nachgetragen. Deswegen macht es einfach von Anfang an, dass ihr das überall macht. Ihr seht, wie krass die Farben rauskommen, wenn ihr wirklich einen weißen Untergrund habt. Ich habe dazu diese Oscar Atem Palette benutzt und einfach mit meinem Finger die Farben so aufgetubt, wie ich gerade lustig war. Da bin ich auch nicht unbedingt nach dem Bild gegangen, sondern habe einfach geguckt, dass für mich das Farbschema auf meinem Auge gut funktioniert. Ich habe, wie gesagt, mit den Farben angefangen und danach das Ganze schwarz ausgeblendet, was ihr hier seht. Dafür habe ich einfach so einen Eyelinerpinsel genommen und auch nochmal so schwarze Halloween... Ich weiß nicht, wie man diese Farbe im Allgemeinen nennt. Auf jeden Fall ist es wie so Clownsschminke. Könnt ihr halt auch zu Karneval benutzen. Diese Farbe habe ich dementsprechend verwendet mit einem Pinsel, auch wieder mit einem Fixingspray reingesprüht und das Ganze dann aufgetragen. Damit das Ganze aber gleich schöner verläuft, werdet ihr im Laufe des Videos sehen, dass ich auch nochmal mit schwarzem Lidschatten reingegangen bin, um die Kanten so ein bisschen weicher zu verblenden. War übrigens eine sehr gute Idee, weil es sah dadurch echt viel, viel besser aus. Ich wünschte wirklich, ich hätte eine Seife da gehabt, aber ich hatte keine feste Seife mehr, um meine Augenbrauen nach oben zu machen. Dann hätte nämlich die Seite, wo ich jetzt ein Smoky Eyeschminke, definitiv noch besser ausgesehen. Aber ich hatte nicht alles da und ich musste an dem Tag die Videos drehen, weil ich einen Tag später meine Augenbrauen-Remover-Behandlung hatte. Auf der Seite schwinke ich aber jetzt ein ganz normales Smoky Eye, einfach ganz easy peasy, das muss auch nicht super sauber sein, mit einem Pinsel schön ausblenden. Und ich gehe gleich auch nochmal rein mit meinem Finger und tupfe die schwarze Farbe auf mein bewegliches Lid, dass es einfach nochmal ein bisschen dunkler ist. Und das Ganze trage ich natürlich auch unterhalb meines Lids auf und lasse den Look dadurch so ein bisschen dunkler wirken. Ich liebe das einfach, Leute. Da seht ihr, dass ich den Lidschatten in schwarz nochmal ein bisschen nachtrage und das Ganze so ein bisschen anfange auszublenden, dass der Übergang einfach noch ein bisschen weicher ist. Hat nicht zu 1000% perfekt funktioniert, aber war besser als vorher. Natürlich einen schwarzen Kaya auf die Wasserlinie, auf beiden Augen. Und ihr könnt natürlich auch ein richtig geiles Augen-Make-up auf der anderen Seite machen und zum Beispiel dieses, ähm, Peak nennt man das, glaube ich, einfach komplett schwarz ausfüllen. Also da sind euch wirklich alle Grenzen offen und ihr könnt da einfach machen, was ihr wollt. Ich habe an dem Tag das nachgeschminkt, weil ich ihren Look so genial fand. Aber im Nachhinein denke ich mir so, hätte ich auch so ein bisschen so mit reinarbeiten können. Aber es ist gut, so wie es ist und ich bin auch zufrieden damit. Aber ich freue mich einfach nächstes Jahr noch mehr reinzuhasseln. Gerade auch, weil da keine Tattoo-Entfernung oder sonstiges mehr anstehen wird, hoffentlich. Und ja, ich habe einfach irgendwelche Wimpern, die ich da hatte, benutzt, weil ich auch gefragt wurde, welche Wimpern ich benutzt habe. Ich habe einfach irgendwelche genommen, die ich da hatte. Ich glaube, die hatten nicht mal eine Nummer draufkleben. Ja, die klebe ich auf jeden Fall da auf. Es tut mir übrigens leid, dass das Video so kurz geworden ist, aber ich dachte mir ganz ehrlich, knackig wäre auch nicht schlecht. Und deswegen ist das Video sehr knackig geworden. Da seht ihr, dass ich nochmal so ein bisschen Schimmer auftrage und dann mit so einem blauen, bläulichen Ton drüber gehe, wie ich das bei meinen Lippen auch gemacht habe. Finde ich sehr schön, hätte jetzt aber auch nicht unbedingt sein müssen. Also das mit den Farben hätte mir auch schon gereicht. Dann habe ich meinen Wimpernkleber genommen und angefangen mir einzelne Strasssteine einmal ringsrum, um dieses Pik, ich hoffe es ist richtig, zu kleben. Und da könnt ihr auch schwarze Strasssteine nehmen oder bunte Strasssteine. Ich habe zum Beispiel welche gehabt, die hatten so ein bisschen Schimmer. Ich habe mich aber für die dunkelblauen entschieden, weil ich die dann doch ein bisschen schöner fand. Vor allen Dingen haben die zu dem Blau, was auf meinem Lied war, wirklich sehr, sehr gut gepasst. Ich mag das sehr gerne. Und es war nicht zu auffällig, aber man hat es doch gesehen. Und dabei habe ich euch nicht komplett mitgenommen, weil ich leider aus der Kamera gegangen bin, als ich ringsrum die Strasssteine geklebt habe, weil ich einfach nichts gesehen habe. Wir wissen, ich bin eine kurzsichtige Maus und sehe leider nicht so gut. Und das war auch schon der fertige Look. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ist ein Highlight in die Mitte gegeben von meinem Auge, eine Perücke angezogen und dann war der Look auch schon fertig. Wie gesagt, wollt ihr das mit dem Kunstblut machen? Einfach nur Kunstblut auf eure Hände machen und das in euer Gesicht schmieren und dann ist der Look auch schon fertig. Ich hoffe wirklich, dass euch dieser erste Halloween-Look gefallen hat und ich bin gespannt auf euer Feedback und wünsche euch Happy Halloween! Ich bin gespannt auf euch! Ich bin gespannt auf euch! Ich bin gespannt auf euch!